Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Kollegin Martina Holzner ist auf die zentralen Inhalte des gemeinsamen Antrages zur Änderung der Geschäftsordnung des Saarländischen Landtages im Detail eben eingegangen. Ich werde mich insoweit kurz fassen, will aber schon sagen, dass tatsächlich eine gute, eine positive Familienpolitik, dass das für die CDU-Landtagsfraktion, für die Union in ganz Deutschland, dass das wirklich ein Herzensanliegen ist. Ich glaube, es ist ja auch bekannt, dass wir wirklich durch eine Vielzahl an familienpolitischen Maßnahmen, ob im Deutschen Bundestag, ob hier im Saarländischen Landtag, dort wirklich für die Familien im Saarland gute Dinge gemeinsam vorangebracht haben. Das ist mir nochmal besonders wichtig zu betonen. Immer mehr Familien, muss man ja Gott sei Dank sagen, auch hier bei uns, bei den Kolleginnen und Kollegen im Landtag entscheiden sich ein Kind, zwei Kinder, im besten Fall sogar noch mehr Kinder zu bekommen. Und man muss schon sagen, dass gerade diese Familien einen unschätzbaren Wert, sozusagen herausragendes für die Zukunft unseres Landes leisten. Und deswegen ist das wirklich ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung, positiven Entwicklung unseres Landes. Von daher kann ich schon sagen, dass es uns als CDU-Fraktion gemeinsam mit der SPD heute ein wichtiges Anliegen ist, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, aber heute ja im Speziellen natürlich durch die Änderung der Geschäftsordnung auch für die Kolleginnen und Kollegen, für die Abgeordneten selber familienfreundliche Rahmenbedingungen tatsächlich noch mal zu verbessern. Und die heute geplanten Änderungen, liebe Martina, die sind ja sozusagen Ausdruck dieser sozusagen familienfreundlichen Politik, auch hier bei uns im Hohen Hause. Und du bist ja darauf eingegangen, dass eben mit Blick auf Mutterschutzzeiten einzelne Abgeordnete wirklich dann auch von einzelnen Plenarsitzungstagen befreit werden können, aber auch das Thema Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen, all das wollen wir heute entsprechend regeln und verbessern. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Beruf des Abgeordneten, das ist mir persönlich auch noch mal wichtig zu betonen, das ist ein sehr spannender, ein sehr interessanter, ein sehr erfüllender Beruf und wenn man es vergleichen würde, vielleicht mit der Privatwirtschaft draußen, kann man am ehesten es wahrscheinlich mit dem Beruf eines Freiberuflers vergleichen. Man hat keine festen Arbeitszeiten, man muss sehr flexibel sein, man muss am Abend arbeiten, auch am Wochenende und Martina, du hast so schön gesagt, diese Vielzahl an Herausforderungen, die ein Mandat mit sich bringt, die muss man unter einen Hut bringen. Und genau das wollen wir halt mit der heutigen Änderung der Geschäftsordnung sozusagen verbessern. Gleichzeitig, das muss man aber in dieser Debatte der Öffentlichkeit auch sagen, gibt es für uns Rahmenbedingungen für Abgeordnete, die der Orthonormalverbraucher, die normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer draußen so nicht haben. Beispiel die sitzungsfreie Zeit, also sozusagen die Schulferien. Da muss man schon sagen, dass der einzelne Abgeordnete, weil wir ja nicht in den festen Parlamentsbetrieb in dieser Zeit eingebunden sind, sehr flexibel ist und dort auch schon die ein oder anderen Freiräume hat. Und deswegen war es Grundmaxime für uns als CDU-Fraktion auch schon klar zu sagen, wenn wir hier entsprechende Rahmenbedingungen auch für uns als Abgeordnete verbessern, dass wir keine Besserstellung sozusagen gegenüber den normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben dürfen. Aber Martina, du bist darauf eingegangen, mit den geplanten Änderungen heute tragen wir genau dem Rechnung. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Signal auch draußen, dass es dort sozusagen eine Gleichbehandlung gibt und keine Besserstellung von einzelnen Personen, in dem Fall von Abgeordneten. Und wie gesagt, dem tragen wir heute alle Rechnung. Ich freue mich, dass wir den Landtag heute mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich noch ein Stück weit familienfreundlicher ausgestalten können und bitte insoweit um Zustimmung zur heutigen Änderung der Geschäftsordnung. Herzlichen Dank.